Hallöchen... Ich kenn schon wieder Katzen... ... in dieser Scheiße... Aber er muss das Spiel sich erstmal einkriegen... Scheint so... Hallöchen, liebe Freunde... Ja, ich weiß nicht... Irgendwie hat YouTube da großen Mist produziert... Ich weiß nicht... Das letzte Video, das so gut jetzt war... Geht eigentlich 24 Minuten... Wurde aber irgendwie nur in 16 Minuten aufgenommen... Das ist so... Weiß ich nicht... Total komisch... Ich konnte bis 16 Minuten 32 gucken... Von da aus konnte ich dann aber nur noch den Ton hören... In YouTube jetzt... Und... Obwohl das Video eigentlich 24 Minuten und 32 Sekunden so geht... Also das war ganz... Verwirrend jetzt... Das ist ganz ganz komisch... Egal, wir versuchen jetzt einfach hier... Ich werde einen auf dicke Hose machen... Ich weiß nicht... Irgendwie... Stört mich das hier schon wieder... Ich weiß auch nicht, warum das so ist... Habe ich irgendwas wieder erhöht... Von den... Einstellungen her? Ich hab nur die Dialoguntertitel eigentlich angemacht... Ich mach die mal aus wieder... Und wir wollen nicht hoffen, dass das wieder so schlimm wird wie letztes Mal... Äh... Ja... Genau... Was haben wir überhaupt vor? Wir müssen nicht Allmarsch befreien... Wir befreien also hier jede Stadt... Nach dem anderen... Da ist nicht Allmarsch... Und dann können wir direkt zur verlassene Hütte... Na komm schon... Jo... Nee... Das ist irgendwie... Komisch... Nicht, dass mich hier wieder dieselben Probleme wie sonst immer plagen... Das wäre ja... Das wäre noch seit letzter Aufnahme so schade... Ich hätte mich so gefreut... Vielleicht... Na ja, dann muss ich die... Wenn das... Wenn dem so ist, dann... Muss ich einfach die Einstellung... Vielleicht ein kleines bisschen runterschrauben... Dann reicht das auch eigentlich schon... Hoffe ich... Hoffe ich natürlich nur... Das kann ich ja natürlich nicht sagen... Auf jeden Fall wollen wir jetzt Chaumarsch befreien... Dun dun dun... Wir befreien hier die einzelnen Städte nach dem anderen... Wenn das... Kack Ding nicht so oft abkacken würde... Und... Nicht so lange laden würde... Toll... Mann... Mann... Ich läd schon so lange, dass ich noch nicht mal mehr... Sound habe... Wir sehen uns gleich, wenn es wieder da ist... So... Dann geht es jetzt weiter... Ich muss wahrscheinlich... Ja, immer noch... Ja... Ich soll mich mit Geimer treffen... Und letztes Mal war das ja so... Dass... Ja, heißt... Ihr habt das wahrscheinlich nicht sehen können... Weil das ja so doof war... Weil YouTube das irgendwie verkackt hat... Dass das nicht 24 Minuten sind... Sondern... Nur 16... Und das ist deswegen so, weil... Äh... Keine Ahnung... Naja, warum weiß ich gar nicht... Auf jeden Fall... Danach... Sind wir noch... Nach Sonnenwacht geflogen... Sag ich jetzt mal... Geportet... Haben wir uns nach Sonnenwacht geportet... Und... Haben da ein bisschen aufgeräumt... Und haben dann auch das Achievement bekommen dafür... Dafür, dass wir das dann erobern sollen... Da waren dann... Zig Triaden... Kaiserliche... Und so... Und dann haben wir die alle abgemetzelt... Und... Jo... Haben wir also... Äh... Reach dadurch befreit... Reach war das glaube ich... Ich weiß es nicht mehr... Und... Ja... Jetzt sind wir dabei... Chiaomarsch zu befreien... Und ich hoffe YouTube kackt sich da nicht so an bei dem Spiel... Also... Was habt ihr den Sturm-Menteln beigetreten? Ich will mir nicht... Ike Alma... Ich glaube ich muss eben... Warte... Einen Moment... Dialog... Untertitel... So... 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 Manche sagen es ginge Ulfric nur darum König zu sein... Haben sie denn nicht erkannt, dass sein Zorn auf einem Meer aus Tränen schwimmt? Mh... Doch... Das haben sie bestimmt erkannt... Ich melde mich jedenfalls zum Dienst... Wenn die FWS gut ist... Ihr müsst dem kaiserlichen Legaten Morthal gefälschte Befehle überbringen... Okay... Aber zuerst müssen wir an Befehle der Kaiserlichen kommen... Damit wir die Fälschung herstellen können... In den Tavernen von Drachenbrücke und Rorikstadt machen oft kaiserliche Boten halt... Versucht einen der Gastwirte zu... Überreden euch zu helfen... Egal wie ihr es anstellt... Besorgt mir diese Dokumente... Was sagt ihr? Ist so gut wie erledigt, Bro... Aber sterb nicht da draußen! Versuch's... Finde kaiserlicher Kurier... Huch... Ist der denn irgendwo auf der Kart? Ach... Das ist so ätzend bei diesem Quest... Die werden einfach nicht angenommen... Drachenbrücke... Hat er ja erzählt... Aber ich glaube der ist jetzt weitergereist... Bin ihm gar nicht so sicher... Und die Schriftrollen erzählten von dunklen Schwingen in der Kälte... Die sich dann entfalten... Wenn Bruder Zwist zum Krieg geführt... Alduin... Königsgeißel... Wird befreit... Schatten der Vergangenheit... So hungrig das nach der ganzen Welt ergiert... Das Lied des Drachenblutes... Schön, nicht wahr? Ui... Was war das denn? Jo, der ist ja immer noch hier... Uff... Ab, ab und rein da... Oder müssen wir hier rein? Hm... Gar nicht drauf geachtet hätte ich gesagt... Schaff es einfach mal... Äh... Hallo? Das Feuer... Nein... Das ist... Greift meine Leistung an... Wer ist du? Ne... Werde nicht... Ich glaube ich muss hier auch gar nicht rein, oder? Ach Leute... Es lief doch einmal so gut... Also gestern... Mann... Oh Mann... Oh Mann... Oh Mann... Oh Mann... Lass mich hier raus... Bin zu late... Dann will ich hier auch gar nicht rein... Oh... Ich muss da aber rein... Ätzend... Das ist ja ätzend, ey... Komm schon, Spiel! Hier ist niemand... Hier ist niemand... Ich heiße Phaida, ich betreibe die Taverne... Oder muss ich mit der Ollen labern... Ihr seid irgendwie anders, das kann ich euch sagen... Habt ihr in letzter Zeit... Kaiserliche Kuriere gesehen? Komm schon! Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre... Sein Leben ist in Gefahr... Ja, sicher... Mich führt ihr nicht hinters Licht... Habt ihr in letzter Zeit... Kaiserliche Kuriere gesehen? Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre... Wird das euch ein wenig helfen? Nun... Wenn ihr darauf besteht... Er war gerade noch hier... Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn noch! Hm... Okay... Oder ihr wartet einfach hier... Er wird bald wieder zurück sein... Nee, du, nee... Mich hält's hier nicht auf... Das ist so... Kacke hier... Das leckt wie Hucke... Da drin... Ist der hier in der Nähe? Tatsächlich... Was gibt's denn? Nix... Bin schon wieder weg... Rund... 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 Oh, das dauert noch ein bisschen... Okay... Ich dachte, ich wär jetzt schon da... Ach, immer wenn ich sprinte... Das ist ätzend... Bist du dieser kaiserliche Kurier... Du bist... Keine Zeit für ein Schwätzchen... Oh ja... Genau... Fang jetzt an zu laggen... Spiel... Ich hab dich lieb... Ich hab dich lieb... Spiel... Warum tust du mir das an? Warum? Ach, Spiel... Ach, Spiel... Ach... Spiel... Darf ich jetzt irgendwann mal spielen? Ordentlich... Am besten noch... Sag, ich muss die jetzt zu geil mal bringen, ne? Dann lass mich da hin... Wenn du in deinem Bett schläfst, wirst du dich ausgeruht fühlen... Schläfst du in deinem eigenen Bett, wirst du dich sehr ausgeruht fühlen... Wow... Wieso blute ich denn noch? Kann mir das mal jemand verraten? Ich sag dazu einfach gar nichts mehr... Gute Arbeit... Lasst mich mal sehen... Sie wissen besser über unsere Pläne Bescheid als ich dachte... Das gefällt mir gar nicht... Oh... Was ist das denn? Festung Schneefalke fordert Verstärkung an... Wir werden sicherstellen, dass sie keine bekommt... Einen Augenblick... Ich muss erst noch ein paar... Korrekturen an diesem Bericht vornehmen... Hier... Bitte... Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Legaten in Mortal erreichen... Das sollte sie in die Irre führen... Und uns einen Vorteil verschaffen... Okay... Passt dort draußen auf euch auf! Ist Bob hier eigentlich? Jo... Aber... Okay... Komm... Mit Bob... Erstmal gucken, wo ich hin muss... Ach... Oder ist es schon wieder nicht... Ordentlich... Aufgezeichnet... Doch ist es... Im Mortal, ne? Ach da... Okay... Die gemeinen Schlammkrabbe ist entlang der Nordküste an See- und Flussufern zu Hause... Liegt sie still, ist sie leicht für einen Stein zu halten... Und sie setzt diese natürliche Tarnung geschickt dazu, ein anlassloser Beute aufzulauern... Hm... Wow... Ich ignorier das einfach... Geh mal kurz im Menü... Dann geh ich wieder raus... Ist mir egal... Lass mich rein... Muss ich hier rein? Lassen wir uns in... Komm... Unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen... Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegung... Es reicht... Fluger Ansatz... Ich habe Edbrod... Eure Bedeckung... Hochmondal... Kann ich bei dieser FPS überhaupt nicht aufs Spiel konzentrieren, irgendwie... Ach so, ich soll die befälschten Dokumente zu ihm bringen... Wenn ihr etwas mit dem Jahn zu besprechen habt... Solltet ihr zuerst mit mir sprechen... Bleibt auf der Hut... Ich habe ein wichtiges Dokument für euch, Sir... Tatsächlich? Und habt ihr unterwegs eure Uniform verloren, Soldat? Ja, das ist so ne Sache... Ich hab's... Für das hier abgelegt... Ist jetzt leichter, sich... ähm... Fein vorbeizuschleichen... Das ist wohl richtig... Gute Idee... Ich danke euch, Soldat... Lasst uns einen Blick auf diese Dokumente werfen... Ich warte noch auf Neuigkeiten über Verstärkung für die Festung... Gut, sie ist unterwegs... Und wir haben Informationen über feindliche Truppenbewegungen... Hervorragend! Na dann... All die Sturmmantel-Kundschafter machen das Reisen gefährlich... Schön, dass ihr es heil wieder hierher geschafft habt... Warum genehmigt ihr euch nicht einen Schluck im Moorblick, bevor ihr euch auf den Rückweg macht? Das werd ich, das werd ich... Fünf Gold... Süß... 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 So... Ach, ich muss wieder zu Gauma... Das ist ein Hin- und Hergereise nur... Mit der Macht der Schlangensteine kannst du einmal am Tag ein... ...gift... ...ein lähmendes Gift versprühen... Juuu... Hi, Geimer! Gute Arbeit! Ulfrig hat da Recht! Wenn wir unsere Heimat von den Kaiserlichen zurückerobert haben... ...tragen wir den Kampf zu den Talmoor! Ihr brecht zur Festung Schneefalke auf! Trefft euch mit den Brüdern, die sich gerade sammeln... ...und vernichtet die Rebellen! Dann werden wir die Festung besetzen! Was meint ihr? Schafft ihr das? Ich wäre nicht ich, wenn die Festung nicht so gut wie unser wäre! In euch brennt ein richtiges Feuer! Das gefällt mir! Halos möge euch leiden! Ich bin ja auch der Eishammer! Wie man mich nach... ...der Schlacht um Sonnenwand genannt hat! Baob! Baob! Wo bist du? Baob! Hallo? Baob! Egal! Erstmal die Quest annehmen! Hier! Blub! Blub! Und dann da hoch! Oder ne! Nicht da hoch! Dahin muss ich! Festung Schneefalke! Dann muss ich hier hin! Okay! Hm! Viele Nordhimmel-Trans hegen eine tiefe Abnehmung gegen alle Elfvölker! Bla 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 bla! Wie auch immer! Ja! Ganz schön vereist hier alles! Oh! Ich höre hier einen Wurz! Komm schon Bob! So fett bist du nicht! Muss ich halt draußen rum! Ich sehe die Festung schon von hier! Juhu! Nein! Ich will gar nicht! Okay, gut! Ist nicht so tief, dass ich schwimmen muss! Das ist nämlich kackenlangsam! Ah! Schön, dass es nicht so tief ist! Sehr, sehr nice! Wo sind denn die? Weiter oben? Weiter oben? Hallo? Oh! Hätte ich mich... Ach, Bob! Das ist alles deine Schuld! Wehe, du stirbst! Wehe! Boah, ich lass euch nicht Bob töten! Wenn ihr Bob tötet, seid ihr so gut wie tot! Ach, das ist einer von meinen! Okay! Boah ey! Komm schon! Geh kaputt! Komm schon! Oh gut! Bob ist noch da! Ich hatte schon die Befürchtung, dass Bob nicht mehr da ist! Ach, natürlich treffe ich mit dem Hauptangriff nicht! Hehehe! Bäm, 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 bäm! Ich töte euch ein Otto und sterb! Das reicht doch nicht, oder? Ja! Das reicht doch nicht, oder? Komm! Warum blockst du denn alles? Ja auch zu blocken! Okay! Wow! Ist le... Ist... Waaah! Na komm! Boah, die blocken aber auch alles, ey! Krieg dich ein Spiel! Boah, die blocken aber auch nicht! Bob, ganz ruhig! Ich kann mich nicht durch! Ah, geht doch! Das sind so viele, das gibt's nicht, ey! Bob, ich will nicht, dass Bob so... so weit rein rennen. 20% noch, das kriegen wir hin. Ich ignoriere das einfach. So, weiter geht's. Und runtergekickt. Level up. Ich seh da nur welche. Ach, da unten sind die. Adako! Spiel! Ich muss mich nicht einmal heilen. Abgeschlossen, wieso? Da ist doch mal jemand. Dich töt' ich jetzt auch noch. Dich töt' ich jetzt auch noch. Dich töt' ich jetzt auch noch. Da siehst du. Hehehehe. Ich werd' mich jetzt bei Ulfric melden. Ich seh' da aber noch jemanden. Na, egal. Kann ich weg? Jo, könnte weg. Wir müssen uns bei Ulfric melden, denn wir haben jetzt Kjallmarsch, äh, Schneefolker eingenommen. Festung Schneeknallfe. Bald wird uns ganz Himmelsrand gehören. Bald! Zauberbücher können beim Hofzauberer im Palästizial erworben werden. Das ist ein praktischer Move von uns. Denn wir sind gar kein Zauberer. Kann niemand als Streamprojekt machen eigentlich? Oder? Weiß ich nicht. Warum ist die Musik denn immer noch da? Das ist ja strange. Ach, ich hab ein No Level Up. Muss ich gleich hier machen. Genau jetzt. Chub, chub, chub. Oh. Das kann ich noch nicht verbessern. Das will ich nicht verbessern. Das will ich verbessern. Chub, chub. Chub, chub. Chub, chub. Chub, chub, chub. Hier ist ein Feind. Chub, chub. War das immer noch der von Schneefolker? Chub, chub. Das wäre ja komisch. Chub, chub. Chub, chub. Chub, chub. Chub, chub. Höher. 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 Danke. Ne, der ist in seinem Schlafgemach. Hm. Hi! Bald werden wir. Tullius wird sicher allmählich nervös. Schiebt mir nie rum. Nachdem wir Hjalmarsch eingenommen haben, sitzen wir praktisch in seinem Hinterhof. Wir rücken so bald wie möglich gegen Einsamkeit vor. Ihr seid ein wahrer Held von Himmelsrand geworden. Ich zähle euch zu meinem Volk. Ihr sollt ab jetzt Sturmklinge genannt werden. In eurem Herzen tragt ihr die Liebe zu unserem Land und seinen Leuten. Während eure Hände seinen Feinden den Tod bringen. Im Namen der Söhne und Töchter von Himmelsrand. Im Namen all dessen, was gerecht und wahr ist. Überreiche ich euch dieses Zeichen unserer Anerkennung für eure Dienste. Cool, cool, cool. Gib mir was. Vergoldete Hilfenrüstung. Was jetzt? Ihr habt keine Zeit, euch in euren Leistungen zu sammeln. Wir sammeln uns für unseren letzten Angriff auf Einsamkeit. Ich brauche euch dort. Meldet euch in unserem Lager in Hafingar. Okay. Was? Alter, warum Sturmantel-Offizier? What the fuck? Was ist hier los? So, na, das für Gold? Nee, gar nicht. Ich sehe schon alles doppelt. Gold, Gold, Gold. Irgendwie. Moment, ich muss eben was gucken. Hier, Sturmantel-Offizier. Ach, das sind dieselben Sachen, die Galma hat. Oder? Yo. Voll cool. Sieht voll cool aus. Begoldete Elfenrüstung kann ich aber auch nicht gebrochen. Hm. Naja. Danke fürs Angebot. Ich bleib bei meinem Hut. Hm. Ja, viel schöner. Irgendwann muss ich Verzauberung leveln und dann kann ich das auf eine andere Rüstung übertragen. Also heißt es jetzt, hängen geblieben heißt es jetzt, Spiel. Okay, das Spiel will, dass wir aufhören. Ich würde sagen, das machen wir dann aber auch in der nächsten Folge. Wir nehmen ganz geschickt Huffinger ein und können uns dann auf Einsamkeit konzentrieren. Und dann haben wir eigentlich so gut wie alle Kaiserlichen ausgelöscht, weil Einsamkeit ist die Hauptstation der Kaiserlichen, wo General Tullius auch ist. Und das werden wir dann bald einnehmen. Oh yeah. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge von Skyrim. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.